Notrufzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe gerade was Schlimmes gesehen. Entschuldigung, sagten Sie etwas Schlimmes? Ja, ich glaube, das ist etwas Schlimmes. Oh mein Gott, wie groß ist es? Wie schwer ist die Verletzung? Ich muss nur warten, ich muss nur warten, ich muss nur warten. Guten Morgen, Maryland. Hier ist Donna Thompson und ich bin hier in Claridge, Marinette. Ich komme einfach noch mit dem Wasser. Leuchenschutzbehörde? Wir haben hier eine Art bakteriellen Ausbruch. Es frisst die Organe, Eingeweide, Leber, erholt sich die Nieren. Mit dem Wasser ist was nicht in Ordnung. Das ist das verfluchtbeste Wasser, das ich je hatte. Wir haben einen Vorfall drüben bei der Notrufzentrale. Die Systeme brechen gleich zusammen, unterreicht zu viele Anrufe. Stephanie, warum gehst du nicht ans Telefon? Ich will nicht, dass du das Boot verlässt. Ich versuch rauszufinden, was hier los ist. Soweit ich weiß, sind alle Straßen nach Claridge gesperrt. Aber ich fliege gerade übers Wasser und sehe hier tonnenweise toten Fisch. Ziemlich groß. Hast du sowas schon mal gesehen? Ah, ich hab mich gewissen! Man kann nicht einfach die Osttüste schließen, ohne die Genehmigung einer irren Autorität. Und schon sehen wir die Parasiten. Oh mein Gott! Die Asseln fressen sich durch die Zunge des Fischens. Du hast nicht gehabt! Es frisst sie von innen her auf. Ziembranen! Überall Leichen! Hörst du das? Was machst du da? Sie haben mich angeflägt! Das ist eine Bekannterichtung! Die Kommodikhaus! Da entwickelt sich eine neue Form. Verschwindet! Ich zeige der Welt, was hier passiert ist. Falls Sie dieses Video finden, veröffentlichen Sie es bitte. Alles wird gut.